hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde hier zu einem weiteren teil transport fieber zwei standen direkt mit dem auto safe das ist ganz gut dann haben wir die ganze folge über ruhe ja in der letzten folge hatten wir unsere linie weiter gebaut nach worms und den bahnhof umgebaut in worms auf cargo ich wollte mich jetzt in der heutigen folge darum kümmern dass natürlich die linie einer sicht einerseits fährt und wir auch hier noch ein bisschen bus linien reinbekommen oder eine drama messen hier hinten ist auf jeden fall das große gebiet deckt schon ein bisschen was mit ab müssen wir gucken ich habe jetzt eigentlich auch gar keinen platz hier irgendwie um noch groß was hinzubauen hier sind lkv station da bin ich in den möglichkeiten auch sehr eingeschränkt wo wir natürlich die züge hier vergrößern wo wir natürlich auch probleme stoßen noch mal gucken wie lang die sind ob wir für minden eventuell dann noch einen wagen dazu hängen können weil er kann jetzt vier züge oder drei wenn wir müssen vier haben ja wir haben vier stück oder noch ein wagen an kriegen ein knopf ist noch mal sehen na gut fangen wir erst mit der linie an die soll ja hier oben in das kleid reingehen das sind dann einmal neue linie und hier entweist nach worms wups die wups die so nicht mein freund wenn du hier raus fährst wirst du bitte über dieses signal wenn du her kommst fest über dieses signal geht doch okay wie wissen wir hier wird noch mal eine weiche reinsetzen und wird das etwas kompliziert hier müssen wir auch eine weiche rein klatschen das sollte ja nun jetzt nicht dass man aber eine lege noch nicht warum jemand doppelkreuzungsweiche rein zack sehr schön das richtige gleis effekt und dann zuckelt er hier hoch das könnte natürlich jetzt dann auf wieder kleine schwierigkeit geben wenn er sich ein fehlen muss aber naja müssen wir mal abwarten wie das wie das so wird und dann geht er dahin prinzip die linie damit schon fertig also ja nicht benannt die heißt dann einmal worms baustoffe so effekt jetzt haben natürlich kein depot das depot ist hier da kommen wir nicht mit rüber kriegen wir jetzt ja noch ein depot ein hier ist kein platz hier ist kein platz hier hinten erst na gut warum wir jetzt in letzter zeit immer sagt dass er keine reichen mehr bauen kann verstehe ich jetzt nicht so ganz muss ich ganz ehrlich sagen weil hat er vorher mal funktioniert so was lassen wir denn hier für den zug fahren sie müssen wir ja auch schon fast auf die container gehen weil er packt ja alles im container dass wenn ich hier so hier auf eine nehme das ist ein bisschen blöd und schon überlegen ob ich die mod wieder rausnehme die könnte ich natürlich nehmen haben wir geschlossenen wagen die hier stellte das halt in den containern rein das ist halt echt doof können auch keine baumaterialien laden ja auch nicht was die leider auch nicht das bleibt uns ja nicht viel ruhig ich war auch erstmal die nehmen 240 meter haben wir die haben wir auf 200 von 82 oder wo jetzt mal reichen elektrisch ja 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 ich bin auch so ist das ich würde ja auch einmal ist jetzt wieder finde ich kann nicht danach aus die cargo net nehmen die liefern halt auch aus bei not warum es müsste das hier unten sein worgen baustoffe aber die mit die cargo net jetzt hier aber die hat immer kein sound und erst mal wenn wir raus suchen und wieder rein zu aber eine wunderschöne lok so hier bringt weiter fleißig hier steinchen das ist gut hier bedarf wird natürlich noch steigen meine freunde sondern fährt die halt schön hier hinten hin ja 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 wenn ich jetzt das hier mit dem bus machen elektrisch abgeräte das funktioniert das schön allerdings sind wir natürlich in unserer handlung hier etwas handlungsfreiheit hier so ein bisschen eingeschränkt und baute das jetzt nicht überall wenn ich so drauf klicken muss man nicht verstehen na so bin eine kleine und dann geht es eine buslinie in eine andere richtung die hier rüber fährt und hier hinten den ganzen kram so ein bisschen ab modelt und hier hinten wiederum zurückkommt eigentlich eine sehr schlaue idee von mir so kommen wir hier auf jeden fall das hauptgebäude mit denen ein hin zack so und dann geht das mit dem bussen hier war hier lang hier lang wie immer besser hier hinten lang hier lang hier komplett komplett rüber und wenn wir hinten wieder rein zack und halten dann hier wieder an sehr gut dann einmal hier 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 so wollen wir jetzt immer diese weiße farbe nimmt man weiß es nicht so das ist dann einmal linie 1 da muss man gerade die 1 bremen tram ok linie 1 worms tram neue linie so nehmen wir jetzt die farbe einfach und wir haben was mit bussen gemacht vergesst das alles klar da wird das worms ein troppel linie 2 umbenennen in worms bus 1 was ist denn das für eine linie gibt es gar nicht effekt so wo ist unser güterzug da kommt da hat sogar schon container drauf aus und fix das ging ja fix muss ich halt als nur permanent hier meinen gliedern aber gut das sollte ja wohl hinkriegen dann würde ich jetzt hier oben hier stört am wenigsten ein tram depot hinsetzen und ein normales bus depot so busse dann brauchen wir mal große die richtige weg schaffen hier die 2 davon 2 davon können noch mehr um 42 noch mal einen von den ganz großen hier noch weg ok dann geht ihr auf die worms bus 1 und ihr drei stück geht auf die linie 1 warum es trauen effekt so was hier ist schöne schöne busse so ein paar ältere hier von volvo oder war da noch mal das sein soll also bei dem logo würde ich sagen dass die volvo hier kommt jetzt auch die tram in einer droppe traktion dafür nur drei stück und das wird sich jetzt nämlich dann schön aus verteilen und da geht der ziel los jetzt kommt nämlich auch schon der unsere trage und soll zur güterzug an hier sollte ja hier auf jeden fall und breit reinpassen ja das tut er zack 172.000 euro für den einen container easy sehr schön perfekt dann lass uns mal gerade gucken ob wir unsere regio ist ja noch irgendwo sagen können jetzt ist ja gerade weggefahren wo das sieht aber nicht so aus wenn wir wenn man das wirklich länger machen können wo ist in der nächste nächste der nächste oh gott oh gott hier hinten mist wir sind aber auch alle sehr reudig ich habe gar keine wartung ein bisschen mehr liebe können sie schon vertragen mal gucken wir das abschätzen können der zug der hier neben parkt wie lang ist dieses gleis ich kann sagen was macht er jetzt hier unten aber er fährt oben aber glück gehabt wie viel meter ist er denn jetzt lang das ist der hinter city das ist der er ist 180 meter lang und ein sohn wagen ist wie lang ein sohn wagen ist nach die waren ja ganz oben bitte 27 meter lang spricht wenn das gleis 200 meter lang ist dann wird es noch gehen mal sagen das ist noch 200 meter lang oder was meint ihr wenn man gerade keinen vergleichszug der hier irgendwie rein kommt und jetzt haben wir gar ein bisschen schneller laufen hoffen wir das gleiche einer kommt jetzt in der city der wird wahrscheinlich auch voll sein fast dann entsteht doch ein zug könnte man vielleicht auch ein bisschen optimieren der hier nämlich nicht doof da muss da hinten warten ist das gleis freigegeben wird da ist unser zug und dann können wir uns eine mitfahrt ist klar hallo minden wie klappt das nicht so ganz nach vorne fliegen da unten ist unser lokführer hängt hier auch so ein bisschen schlaganfall hätte so jede unserer neu gestaltete brücke etc binden aber die mitten durch oder war es mal ganz weit weg von binden mittlerweile ist es mittendrin aber rüber gucken dann nicht schön moin da war unser kollege jetzt hier bei bauer heinrich vorbei und seinen scharfen vorne fährt er gerade ich habe da zwar die die neue version von ok folge sind wir schon wieder zwei morte alt von der traktor mit den verschiedenen farben aber ich kann die im menü wo ich die die züge beziehungsweise die busse lkw ist und so kaufe kann ich nur diese kaum auswählen ich habe da keine möglichkeit die farbe zu ändern bitte hier gerne in diesem grünen fallen lassen dann sehen wir so ein bisschen so aus als wenn das klaas werden war irgendwie habe ich da geht da nicht aber ist auch nicht ganz so dramatisch so schön mit 160 bleiben wir hin mit 43 fps richtig gut läuft schon flüssig perfekt entzückt auch hier ist es noch nicht ganz so schön aber naja also gar nicht aus wie 160 da sieht er so aus wie 100 du weißt du es hat 60 kann man blick auf minden der haschen nicht so wirklich weil da vorne ist einmal unter dresdner oder der minde hauptbahnhof die werft kann man gucken da halt natürlich die hochhäuser von downtown eben waren wir noch da ganz hinten so jetzt geht es rein nach nach minden hier finden überall paar texturen aber ist auch egal genau wir müssen hier lang fahren hoffe man das wieder auch ein wagen an kriegen das wäre echt gut dann sind die zwei länger als im original fahren aber wie gesagt es ist mir nicht ganz so wichtig wenn so ein wagen mehr daran hängt oder nicht und china ist dieser kreis umgefallen aber diese stelle hier die gefällt mir auch ganz gut mit der brücke jetzt das ist mir noch ganz gut gelungen wenn ich zumindest mit zufrieden das ist ja mal das wichtigste aber auf jeden fall jetzt deutlich mehr möglichkeiten als vorher so und dann nicht sagen gibt es jetzt rein hier in den restner minder hauptbahnhof nur binden dresden hat seinen eigenen hauptbahnhof unser ist zwar baugleich aber die dresdner haben wir natürlich von uns kopiert ist ja klar weil der war zuerst ja 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 ich steht da viele leute und ist dann kleiner zug aber an linken seite das kann doch gar nicht gut gehen so lassen wir ihn doch mal rein rucken was bist du denn hier für einer du bist doch bsf aber du teilst du das gleis glaube ich oder bsf channel ist keiner Flughafen 45 oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja wir kriegen da auf jeden fall noch ein wagen ran sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön sehr sehr schön sehr sehr schön so zack in zu viel in zu viel in zu viel und zack in zu viel zack zack warum ist der so viel länger als die anderen zwei schlusswagen die geldgeschichte fährt oder was so 207 meter das war das was ich gedacht habe über 230 leute transportieren und das ist gut gut dass er jetzt nicht nach hinten springt ist klar der ist natürlich wo da reingebacken aber kann jetzt 30 also länges 207 so der singen genau die teilen sich hier das gleis glaube ich nun terminals hier teilt sich niemandem gleis doch muss ja doch hier genau bsf und flughafen teilen sich das gleis und dann ist ja gut und alles klar meine vorne da würde ich sagen da haben wir das dann auch schon erledigt wie ist ja nicht dieser zug besetzt und macht sogar plus ich schlecht oder letzte wagen bewegt sich noch nicht jetzt als 207 meter lang perfekt sehr sehr schön meine freunde wenn es euch gefallen hat wissen was zu tun ist natürlich und ich sagen bis zum nächsten mal herrgat ciao